Jo, willkommen meine lieben Freunde zu einem kleinen Info-Video. Jo, ich möchte euch heute einfach nur zur Kenntnis setzen, dass morgen auf dem ZEIT-Galaxy-Server um 20 Uhr, also Sonntag 20 Uhr, ein Event auf ZEIT-PVP stattfindet, unter Neuerspielmodus. Und ich werde dazu einen Livestream machen, daher, ja, ihr könnt gerne auch auf dem Minecraft-Server vorbeischauen, aber auch auf YouTube und mitmachen, es wird sehr, sehr viel verlost, also mitmachen lohnt sich auf jeden Fall, denn ja, auch Ränge werden verlost, Ränge, die ihr dann für, glaube ich, zwei Wochen oder eine Woche habt, glaube ich, eine Woche war das, und ja, darum auf jeden Fall vorbeischauen. Und richtig viel Stuff wird verlost. Bis dahin und ciao!